Also, äh, Gardner, als du sagtest, du hättest deine Mutter umgebracht, was genau hast du damit gemeint? Sie, sie starb bei meiner Geburt. Äh, dann hast du sie doch nicht umgebracht. Und wer war dieser Typ? Der Gründer von East Texas, wo ich herkomme. Aber hast du nicht gesagt, du bist aus New York? Wer war die Frau? Kendra. Sie ist Astronautin. Und die kennst du vom Mars? Ja. So, steig aus. Steig aus. Ich versteh das jetzt nicht. Ich will nicht, dass man mich verarscht, Gardner. Verstehst du das? Mars, irgendwelche komischen Krankheiten. Ich werde ständig angelogen, und zwar mein ganzes Leben lang. Und das ist egal, Menschen sind voll scheiße. Es tut mir leid. Was denn? Dass Menschen lügen. Und dass Menschen voll scheiße sind. Es tut mir leid, dass du wütend bist. Ich bin nicht wütend. Hier, bitte. Darf ich dir helfen? Was soll das? Es gibt doch noch Kavaliere. Jedenfalls in Nantucket. Ich mache eine Autofahrt mit einer irren Person. Wow! Was ist? Das ist mein Pferd. Wohin fahren wir? Du wolltest doch die Welt sehen. Das ist es, was sie auf der Erde am schönsten finden. So toll. Du bist so schön.